Die Landwirtschaft im Allgäu. Für Touristen oft genug eine Urlaubsattraktion, für viele Menschen hier aber gleichzeitig Broterwerb. Doch genau dieser Broterwerb ist vor allem durch den niedrigen Milchpreis in Gefahr geraten. Viele Landwirte sehen dadurch ihren Hof in Gefahr. Ende 2009 wurde deshalb von der Bundesregierung ein 750 Millionen Euro schweres Rettungspaket für die Bauern geschnürt. Während des Treffens heute machten die Politiker klar, von dem Programm sollten die Landwirte sehr schnell profitieren. Das Zeichen, dass davon ausgehen sollte, die Union steht zu ihren Bauern. Dieses Programm, wir haben es heute deutlich gemacht in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung, dass man hier wirklich sofort auch weiterreichen kann, dass es bei den Landwirten ankommt. Das heißt, dass wir hier eine Beitragsermäßigung haben um 64 Prozent. Und ich denke, das zeigt deutlich jetzt, wenn die Bescheide kommen sind, dass es uns ernst hier gemeint ist und dass man hier wirklich sofort helfen will. Es soll ja eine Liquiditätshilfe für sofort sein. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, wird einerseits die Politik gefordert sein, was Infrastrukturmaßnahmen angeht. Andererseits werden sich aber auch die Landwirte umstellen müssen. Stichwort Photovoltaik. Wir haben noch investiert. Wir sind die sonnenreichste Region Deutschlands und es rentiert sich nach wie vor, die Verzinsung ist gut, auf die Dächer ja, Freianlagen nein. Und dazu werden wir das Gesetz nach jetziger Lage erst April oder erst September verändern. Das zweite Thema, wo wir drei zusammenarbeiten, was nicht heute, das kann nicht abgeschlossen werden, aber es steht auf der Tagesordnung, Land und Bund. Jedes Dorf an das schnelle Breitband anzuschließen. Die Politik sieht als eine ihrer Hauptaufgaben, den Landwirten bewusst zu machen, dass sie bald weniger Hilfe von Seiten der Politik erhalten werden. Und, dass sie deshalb etwas tun müssen. Ich glaube, jeder Landwirt muss für sich entscheiden, weil er auch Unternehmer ist. Auch Unternehmer und deswegen entscheiden muss, wie stellt er sich hier in Zukunft auf. Die Rahmenbedingungen sind jetzt klar gesetzt von Seiten der Politik. Es gibt keinerlei politische Bewegung mehr auf EU-Ebene, aber auch national ist es jetzt der Gestalt in Chile, dass die Quote auslaufen wird. Und vor diesen Rahmenbedingungen muss sich jetzt der einzelne Landwirt überlegen, wie er sich hier aufstellt. Klar ist allerdings, dass von Seiten der CSU und vor allem von Seiten der neuen Koalition alles getan werden wird, dass wir hier gute Rahmenbedingungen haben. Lorenz Kreuzer hat den Umstieg von reiner Milchviehwirtschaft hin zum Land- und Energiewirt bereits geschafft. Er hat schon vor Jahren im Erneuerbare-Energien-Gesetz die Chance für die langfristige Sicherung seines Hofes gesehen. Es war für mich eine echte Chance, ein zweites Stammbein zu errichten, ergänzt meinen Milchviehbetrieb wunderbar. Und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, hilft es mit über die schwierige Situation im Milchmarkt. Nicht nur mit Photovoltaik, sondern auch speziell mit Biogasanlagen haben wir eine Chance, echt ein zweites Stammbein zu machen. Und nicht nur in Großanlagen, sondern auch in kleineren Anlagen, wo der Milchviehbetrieb zuerst einmal sehr Gülle ausgasen kann, schlechte Futterstoffe verwerten kann. Die Politik ist nun auf allen Ebenen gefordert. Sie muss den Spagat schaffen zwischen der Absicherung der landwirtschaftlichen Betriebe bei gleichzeitig auslaufender Milchquote. Erschwert wird das Ganze durch neue ökologische Herausforderungen und die stetig wachsende Bedeutung des Umweltschutzes. Bei dem Treffen in der MUFA gab es zwar keine konkreten Ergebnisse, aber der Dialog zwischen den verschiedenen Seiten wurde fortgeführt und um gegenseitiges Verständnis geworben. Anscheinend mit Erfolg.